Hallo, mein Name ist Jensi Reinhardt, ich darf kurz die Band vorstellen, Manu Gutenberger, Moreno Gutenberger und Daniel. Und ich freue mich hier riesig, heute da sein zu können, hier in Stuttgart. Ich habe mir ein wenig Gedanke gemacht, natürlich, über die derzeitige Situation mit diesem Coronavirus. Wir machen das, was wir können, nämlich Musik, unsere Kunst, unser Herz nach außen zu tragen. Und ich habe mir hier ein wenig was aufgeschrieben, ich könnte jetzt stundenlang reden, das werde ich jetzt nicht tun. Wir wollen euch Musik nach Hause bringen, in die Wohnungen rein und wünschen euch viel Spaß. Und hierzu ein kleines Ding, ein Zitat von mir. Wir sollten gerade in der schlechten Zeit, nicht nur jetzt, sondern immer wieder, jeden Tag aufs Neue, sollten wir unser Licht hochheben, und zwar gerade da, wo wir stehen. Bewahrt Liebe, Vertrauen und den Glauben an das Gute in euch. Mit der Magie der Musik, eine Sprache, die jeder versteht, die Sprache der Engel, die unsere Leidenschaft beflügelt, über unsere Seele Musik aus, um Herzen herbar zu machen. Danke fürs Zuhören, viel Spaß. Ladies and Gentlemen, heute bei Quarantainment, das Jensi Reinhardt Quartett aus der Pfalz. Zuhören, viel Spaß. 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 Minor swing. Ein Stück aus dem Jahr 1923, Chartendrée. Musik 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 Wenn du bist für mich, wenn du bist für mich, wenn du bist für mich. Ich will, denn der Sonne, der sich wegfügt, wird, wenn du bist für mich, wenn du bist für mich, wenn du bist für mich. Danke, dass ich mitspielen durfte. Morena Gutenberger, Manu Gutenberger und Jensi Reinhardt, noch viel Spaß mit den drei. Musik 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 Musik